Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin mega aufgeregt und zwar stelle ich das allererste Spiel vor, was ich gestaltet habe und was es ab jetzt zu verkaufen gibt, also zu kaufen gibt in meinem Etsy-Shop. Und zwar, ich will nicht lange reden, ich zeige es euch direkt, und zwar, das ist die Reise deines Lebens. Mir war das super wichtig, dass es schön bunt ist, es macht mir immer so gute Laune, wenn die Sachen so bunt sind. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel des Lebens kennt, das war mein Monopoly und Spiel des Lebens, das waren meine aller, aller, allerliebsten Spiele und ich habe die so gerne gespielt und ich wollte unbedingt so ein Spiel haben, was so ungefähr gleich ist. Und ja, was soll ich sagen, hier haben wir es. Ich habe hier ein Spielfeld mit so einer Magnetfigur, ich glaube, das kennt ihr mittlerweile, da ist hinten auch ein Magnet und ihr könnt das hin und her schieben, je nachdem, wo ihr seid. Und wir fangen natürlich mit dem Baby an, wir waren alle erstmal ein Baby gewesen und wenn ihr jetzt hier umdreht, ich will euch jetzt nicht alles vorlesen, sonst werdet ihr gespoilert, aber beim allerersten könnt ihr noch nicht spielen, sondern das ist wirklich nur Start. Da steht, herzlich willkommen auf der Welt kleiner Pups und der allererste Schritt, den ihr geht, das kann ich euch ja vorlesen, ist hier, da seht ihr hier, kann man das gut sehen, das sind so Spielzeugwürfel. Da steht, du siehst ein Spielzeug für 10 Euro im Laden, mit deinem Taschengeld holst du dir das. Und so geht das weiter, also ihr entscheidet natürlich, wollt ihr monatlich sparen, wollt ihr wöchentlich sparen. Beim Spiel des Lebens ist das so, du kannst nicht so wirklich niedrige Beträge nehmen, weil, beispielsweise, schauen wir uns mal hier an, du kaufst zum Beispiel, genau, die Autoversicherung haben wir hier einmal. Wenn ihr jetzt hier drauf geht, hast du, du schließt eine Autoversicherung ab, zahle den Monatsbeitrag in Höhe von 25 Euro. Wenn ich jetzt schreibe, zahle den Monatsbeitrag von 2,50 Euro, das klingt komisch. Also, ich hatte das gemacht gehabt, also, ich hatte zwei Spiele entwickelt mit ein bisschen mehr sparen, mit ein bisschen weniger, wenn du weniger Geld zur Verfügung hast. Aber wenn man das so hinschreibt, zahle den Monatsbeitrag in Höhe von 2,50 Euro, ihr merkt, irgendwie ergibt das auch gar keinen Sinn. Also, ich kenne keine so günstige Versicherung, wenn ihr die kennt, bitte schreibt mir gerne, dann wechsle ich sofort. Deswegen habe ich mir Folgendes gedacht, dieses Spiel ist wirklich für jeden. Egal, ob du viel Geld beiseite legen kannst und willst oder weniger, du kannst daraus die Beträge machen, die du möchtest. Gehen wir beispielsweise auf die 25 Euro, weil ich glaube, das ist der höchste Betrag oder, ja, ich glaube, es gibt hier noch einmal 30 Euro, aber es sollte ja alles realistisch bleiben. Deswegen, du entscheidest, willst du 25 Euro sparen, machst du einen niedrigeren Euro-Betrag daraus, nämlich 2,50 Euro, die du dann beiseite legst, oder du gehst ganz klein und sagst, bei jedem Betrag mache ich einen Cent-Betrag daraus, das sind 25 Cent. Ganz wie hier, du siehst ein Spielzeug für 10 Euro, du machst einen Euro draus, ich glaube, einen Cent möchtest du nicht sparen, aber es kann auch sein, oder 10 Cent. Also, das entscheidest du. Wenn du aber sagst, nee, ich finde es irgendwie viel schöner, wenn da die niedrigeren Beträge stehen, kann ich gerne eins für dich gestalten. Für mich persönlich ergibt das halt einfach nur keinen Sinn, wenn da steht, keine Ahnung, du gehst in den Urlaub und machst eine Anzahlung von 20 Cent. Schön wäre es natürlich, also in dieser Welt würde ich gerne leben, aber ich liebe, liebe, liebe dieses Spiel. Es ist süß gemacht und hier zum Beispiel, da ist man auch einmal traurig, wie im wahren Leben oder hier, da bist du nicht mehr auf der Welt, da bist du ein kleiner Engel zum Schluss. Und das kann ich euch ja vielleicht vorlesen, da steht, schön, dass du auf der Welt warst, du warst für viele Menschen etwas ganz Besonderes, sei stolz auf dich. Und ich wollte unbedingt ein Spiel haben, was mir gute Laune bereitet, was süß ist und ja, wenn ihr das kauft, das Spiel, ist ein bisschen teurer jetzt als meine anderen Challenges, warum? Weil ihr seht, das Papier ist komplett mit Farbe bedruckt, hier auf der Rückseite auch und ihr kriegt noch einen Spartracker dazu. Und ihr wisst, ich bin Laminierqueen, ihr müsst nicht jedes Mal wieder bei mir nachbestellen, je nachdem, wie oft ihr dieses Spiel spielen wollt, könnt ihr immer wieder, ja, könnt ihr immer wieder das alles wegwischen und spielen. Ich liebe dieses Spiel, ich weiß, natürlich, ich mache natürlich gerade Werbung für mich selbst, aber ich wollte unbedingt ein Spiel haben, was mir viel Freude bereitet und das ist einfach süß. Es passt wirklich zu jedem. Ich finde auch die Reise deines Lebens passt perfekt dazu. Dieser Name, du bist ja eigentlich auf einer Reise, dein ganzes Leben ist eine Reise und ja, ich finde es einfach schön. Du kannst mir sehr, sehr gerne schreiben, wenn du die Beträge auf der Rückseite niedriger haben willst, dann kann ich es gerne für dich gestalten, ansonsten kaufst du es so damit, ja, und schaust, wie du das dann machst. Ich habe jetzt noch nicht ausgerechnet gehabt, wie viel man dafür sparen kann, das werde ich gerne unten jetzt hier hinschreiben. Es kommt natürlich auch darauf an, wenn du auf diese Würfelfelder kommst und davon gibt es vier Stück, kommt es natürlich auch darauf an, wie oft, beziehungsweise was du gewürfelt hast. Also, wenn ihr das kauft, nochmal, kriegt ihr das Spiel. Auf der Rückseite gibt es die süße Erklärung und ihr kriegt den Spartracker und natürlich hier die süße Spielfigur. Wie du das machst, ob du monatlich spielst, wöchentlich oder jede zweite Woche, das ist dir überlasten. Es soll einfach Spaß machen. Natürlich passt das genau hier rein. Ja, das hatte ich schon in meinem letzten Video vorgestellt. Diese süßen Dekos, laminiert natürlich, biete ich auch an. Also hier, ich habe ja vier Verschiedenes. Das hatte ich im letzten Video schon gezeigt. Du kannst ja gerne bei mir im Etsy-Shop vorbeischauen, sie mal anschauen. Das kannst du hier einfach reinmachen. Genau. Und die hier, wie immer, die sind so klein, dass sie in den Umschlag reinpassen. Ja, ich bin ganz, ganz, ganz glücklich über mein neues Spiel. Ich liebe es. Wie gesagt, Monopoly und Spiel des Lebens. Das war meine aller, allerliebsten Spiele als Kind und immer noch tatsächlich. Und ja, was sagt ihr denn zum Spiel? Ich finde es auch total schön, dass es bunt ist. Ja, ich wollte nichts Winterliches machen, weil bei der Winter kommt oder Herbstliches, weil ich möchte das Spiel irgendwie das ganze Jahr überspielen. Ich habe total Lust darauf einfach. Was ich euch auch noch zeigen kann, ist, ich habe neue Sticker im Shop und die müsste ich einfach zeigen, weil die sind so süß. Das sind so betrieben, übertrieben süße. Schaut mal, Katzensticker, die sind auch gar nicht so klein. Und, ähm, also ich habe da schöne Fotos rein. Guck mal, wie süß. Also, Mann, die könnte ich doch alle auffressen. Mal nebenbei, warum habe ich jetzt hier Katzen, obwohl ich keine eigene Katze habe? Ganz einfach, leider bin ich sehr, sehr stark allergisch gegen Katzen, was mich echt sehr, sehr traurig macht. Also, ich war mal bei einer Freundin, die hat eine Katze. Ich zeige euch jetzt einfach mal nebenbei und schwätze. Ich habe eine Freundin, sie hat eine Katze und ich wollte bei ihr übernachten. Und da habe ich mich aufs Kissen gelegt und habe mich schon gefragt, hm, warum juckt mein ganzes Gesicht die ganze Zeit vor meine Augen? Nach so fünf Minuten bin ich ins Bad gegangen, weil ich mir gedacht habe, hm, geh mal ins Bad und wasch mal dein Gesicht. Oh mein Gott, wie süß. Und, ja, als ich in den Spiegel geschaut habe, was sollt ihr sagen, Leute? Das habt ihr noch nie gesehen, wie ich da ausgesehen habe. Das war ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Oh, Mann, oh, ich bin eine Katze, Leute. Ja, was hat meine Freundin gemacht? Die hat mich direkt ins Krankenhaus nachts gefahren und ich habe Infusionen bekommen. Hochprozentiges Kortison. Ist es das? Der? Ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht. Keine Ahnung. Der Kortison? Das Kortison? Der? Schreibt es mir unten rein, was richtig ist. Aber auf jeden Fall ging es mir Wochen danach immer noch schlecht, weil ich habe so viel Kortison bekommen, das glaubt ihr gar nicht. Schaut mal. Eine Fledermaus-Katze. Sowas soll es auch mal geben. Ich kann mich auch gar nicht entscheiden, was ich am süßesten finde. Ich hatte zuerst überlegt, die einzeln anzubieten, aber ich glaube, es gibt viele Katzenfans und... Ach Mann, guck mal, wie süß. Und ich biete sie als Paket an. Ihr könnt diese Katzen hier bei mir bestellen. Das sind 50 Stück insgesamt. Und ja, ich liebe sie. Oh mein Gott, ich liebe Katzen einfach. Kann man nichts dagegen tun, damit ich auch eine Katze haben kann. So, und noch was Kleines. Und zwar, ich wollte unbedingt Wintersticker haben. Und die biete ich auch in meinem Shop an. Das sind meine ich 23 Stück. Da hast du hier Wintertiere und aber auch so süße, zum Beispiel hier, süße Tannen. Dann hast du hier so süße Tannen. Schaut mal, wie süß das aussieht. Hier natürlich ein Pinguin darf nicht fehlen, wenn es kalt ist. Oder so ein süßer Eisbär. Dann habe ich hier noch einige Tannen. Und dann habe ich hier so einen schönen Kranz. Und ja, ich liebe sie einfach. Ich finde die total süß gemacht. Schaut mal, ach, wie süß. Was mir hier persönlich fehlt, ich hätte gerne noch ein Eichhörnchen gehabt. Aber das ist nicht schlimm. Eichhörnchen passt ja auch eigentlich nicht so wirklich zum Winter, muss man auch sagen. Ja, genau. Das sind hier so 23 Stück. Die könnt ihr bei mir auch im Shop bestellen. Und ja, das sind so die neuen Sachen, die ihr bei mir bestellen könnt. Ich muss sagen, ich bin, wenn ich mir hier aussuchen könnte, was ich nehme. Also ich würde natürlich alles nehmen, weil sonst würde ich es ja nicht anbieten. Ich biete immer nur Sachen an, die ich liebe. Aber ich liebe es. Und ich wollte noch sagen, ich würde gerne für euch den ganzen Tag heute, heute ist ja Sonntag, es fängt direkt morgens an, bis abends, beziehungsweise bis Mitternacht würde ich gerne 10% auf meinen gesamten Shop anbieten. Warum? Ich hatte Geburtstag gehabt und ich bin 31 geworden am 12. Oktober. Und das konnte ich mit euch nicht so wirklich feiern, weil ich ja in Marokko war. Und ich würde gerne euch was schenken, weil ihr mir viel Freude bereitet mit euren lieben Kommentaren und so weiter. Und heute gibt es den ganzen Tag 10%. Also wenn du was bestellen möchtest, kriegst du heute 10% drauf. Mehr Infos findest du in der Infobox. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.